Komm her, her, her! Unser Torschützenkönig! Heute ist ein 35. Tor geschossen! 35! Da steht er, der zweifache Weltfußballer, Robert Lewandowski. Robert, wir lieben dich! Robert, nur ganz kurz an dich die Frage. Wo stellst du deine Torschützenkanonen, die du immer kriegst am Jahresende? Ja, diese Kanonen, wo stellst du die daheim hin? Hast du angebaut? Die gerade, die habe ich heute gewonnen, die liegt im Bus noch. Aber dann, ich finde immer die Plätze, aber klar, die Torschützenkanonen gehören auch zu der Mannschaft, weil das ist so, ohne die Vorlage, ohne die Beile von dem, das schaffe ich nicht. Ich glaube, von drei, das müsst ihr euch mal vorstellen, diese Torkote gibt es eigentlich nicht. Von 365 Spielen für den FC Bayern schießt er 345 Tore. Robert Lewandowski. 41 Tore letztes Jahr, 43 im Kalenderjahr, damit den Rekord von Gerd Müller übertroffen. Robert. Und ganz kurz, danke Robert, und was immer deine Wünsche sind für die Zukunft, alles unbescholten, du bist der FC Bayern München, du bist Robert Lewandowski. Wir danken dir. Danke, danke schön. Und jetzt, pass auf, danke Robert, herzlichst du es geben.